Das Hängebauchschwein von Oberbeisheim ist gerettet. Zwei Wochen war das Tier, das vermutlich ausgesetzt wurde, rund um die Knüllwalder Gemeinde unterwegs. Anwohner machten sich Sorgen, dass das Hausschwein bei der Kälte erfrieren könnte und starteten eine Rettungsaktion. Sie fingen das Borstentier ein und brachten es auf den Hof von Agnes Denner nach Leuderode, die dort eine Tiernothilfe betreibt. Das kleine schwarze Schwein hat hier nun einen eigenen Stall, ein kuscheliges Schlafplätzchen und einen schönen großen Auslauf. Und das Wichtigste, jede Menge zu futtern. Da lässt er sich nicht zweimal bitten und haut ordentlich rein. Nun sucht Agnes Denner ein schönes und liebevolles Zuhause für den kleinen schwarzen Racker. Untertitelung des ZDF, 2020